Ja, für mich ist es ein Great Place to Work, weil hier in der NECON wirklich der Mensch zählt. Ich arbeite hier Teilzeit im Unternehmen und ich erlebe hier die größtmögliche Freiheit und Flexibilität in meiner Arbeitszeitgestaltung und deshalb ist anECON ein Great Place to Work für mich. Aber wenn ich eine herausbitten darf, die mir persönlich besonders wichtig ist, dann würde ich sagen, anECON ist ein Great Place to Work, weil hier Menschen arbeiten, die gerne mit Menschen arbeiten, beim Kunden und untereinander. Das spürt man. Was mir hier besonders gut gefällt, ist, dass ich mich in verschiedene Richtungen entwickeln und verschiedene Bereiche kennenlernen kann, aber auch, dass ich meine Leidenschaft für Business-Analyse ausleben kann. Ich bin seit 2004 bei der NECON, bin hergekommen als Student, Teilzeit und mittlerweile neun Jahre später habe ich mich entwickeln können, Experte für Testautomatisierung, ein Buch darüber geschrieben, gemeinsam mit Kollegen hier, in über 30 Projekten gewesen, wahrscheinlich 20 Kunden durfte ich kennenlernen und das ist einfach eine Chance, die hat man nicht überall und deswegen ist anECON für mich ein Great Place to Work. Das sind die Kabarett-Szenen von unserem Leben. Ernst Lieber, unserem Leiter des Geschäftsfelds Softwareentwicklung, das ist für mich noch jedes Mal ein Highlight, weil er es schafft, die ganz konkreten Situationen im Unternehmen mit den nationalen Themen zu verbinden und die wiederum mit den globalen Themen zu verbinden und das ist für mich wirklich toll. Bis jetzt gab es viele tolle gemeinsame Momente mit Kollegen in und außerhalb des Jobs. Ganz besonders in Erinnerung blieb mir der Abend zur 15-Jahr-Feier mit den Anekondas, bei denen uns ein steirischer Kabarettist alle zum Lachen brachte. Dabei denke ich an unsere 15-Jahr-Feier. Im Zuge dessen haben wir eine historische Zeitreise präsentiert und mitzuerleben, wie sehr das den Mitarbeitern gefallen hat, wie sie da mitgelebt haben. Alte Erlebnisse wiederzuerleben hat mir sehr viel Freude bereitet. Ganz besonders freue ich mich über jene Momente, wo ich sehe, wie sich junge Mitarbeiter in diesem Unternehmen ganz toll entwickeln in ihrer Persönlichkeit und in ihren fachlichen Kompetenzen. Das ist also immer super für mich. Kompetenzen . Untertitelung des ZDF, 2020